Deutschlandfunk Auf dem 30. Chaos Communication Kongress ist Andreas Ebersberg vom Projekt Osmocom. Hallo. Hallo, grüß dich. Andreas Ebersberg, Sie haben ja ein Handy mitgebracht und einen kleinen Computer mitgebracht. Und das Ganze zusammen ist eine Mobilfunk-Basisstation. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also vom Prinzip her besteht diese Basisstation nur aus einem eigenen Handy. Und einem Rechner, der das Handy ansteuert. Also wir haben jetzt keine Mobilfunk-Komponenten, wie man sie vom Netzbetreiber kennt, sondern nur einfach ein reines Handy und einen Rechner dazu. Und dieser Rechner hier, der hat so ungefähr den Wert von 30 Euro. Das Handy ist in der 5-10-Euro-Klasse. Also ganz billige Komponenten, mit denen Sie jetzt sozusagen ein Mobilfunk-Netz simulieren können? Genau, das ist richtig. Also wir können mit dem Handy ein Mobilfunk-Netz simulieren. Das Handy ist imstande, die gleichen Signale zu senden und zu empfangen, die auch ein Mobilfunk-Netz senden und empfangen kann. Und ich habe mir aufgeschrieben, dass das Netz den Namen 262-23 hat. Und wer jetzt ein Handy dabei hat, kann ausprobieren, sich auf dieses Mobilfunk-Netz einzulocken, wie auf jedes andere, was in Deutschland sozusagen frei verfügbar wäre. Ja, das ist möglich, genau. Wir haben das so eingestellt in dem Netz, dass wir keine spezielle SIM-Karte brauchen. Das heißt, wir lassen jeden in das Netz hinein. Und damit ist es auch möglich, in diesem Netz zu telefonieren und SMS zu versenden, ohne dass man dafür eine spezielle SIM-Karte braucht. Was hier allerdings fehlt, das ist die Anschlussleitung sozusagen in irgendein Telefonnetz. Das heißt also, wenn sich jetzt hier im Publikum einer einbucht, der kann dann nicht telefonieren, sondern er ist erst einmal nur verbunden. Das wird also tatsächlich simuliert. Aber was ich mich frage, ist, warum machen Sie das, dass Sie ein Mobilfunk-Netz nachbauen, dass Sie versuchen, sozusagen das, was die großen Netzbetreiber sowieso schon anbieten, nochmal im Kleinen für sich selbst zu bauen? Ja, also der Grund ist ja zum Beispiel, wir haben auf dem Kongress ein Mobilfunk-Netz. Und um dieses Mobilfunk-Netz zu betreiben, brauchen wir Mobilfunk-Komponenten. Und was wir halt gemacht haben, ist Software geschrieben, die halt die Netz-Provider-Komponenten nachbildet, weil die Komponenten des Netz-Providers sind relativ teuer und auch kaum zu bekommen. Das ist ja auch mehr oder weniger die Funktion, die dieses Projekt Osmo.com hat, dass Sie in verschiedenen Arbeitsgruppen versuchen, die Komponenten, die man für ein Mobilfunk-Netz braucht, selber zu programmieren. Wie weit ist dieses Projekt Osmo.com? Also im Moment ist das relativ weit. Also wir können aktuell Gespräche machen, wie vorher auch. Wir können SMS verschicken, wir können Datenfunk machen, GPS. Das ist nicht besonders schnell, also kein Edge, kein UMTS. Aber vom Prinzip können wir alle Dienste anbieten, die das GSM hergibt. Ist es denn Ziel, am Ende tatsächlich ein Mobilfunk-Netz in Deutschland zu betreiben, was offen und frei ist, also ein Open-Source-Mobilfunk-Netz? Nee, also deutschlandweit nicht, aber vom Prinzip her kleine Insellösungen, wie zum Beispiel der Kongress oder bestimmte Veranstaltungen auch im Ausland, kann man damit eben wunderbar realisieren. Die Software haben Sie selbst geschrieben. Das heißt also, Sie haben quasi eine Mobilfunk-Basisstation neu erfunden oder haben Sie auf Komponenten zurückgegriffen, die sowieso verwandt werden, die in der Szene bekannt sind? Wie sind Sie vorgegangen, als Sie die Software programmiert haben? Ja, Teile dieser Basisstation waren schon implementiert von anderen Mitgliedern von Osmo.com. Und ich habe halt das Ganze dann zusammengesetzt und dann halt nochmal speziell für dieses Mobiltelefon dann angepasst, dass man damit das auch dann als Basisstation verwenden kann. Das ist ja mehr oder weniger klassisches Hardware-Hacking. Das heißt, Sie sind hingegangen, haben sich ein bestehendes Handy, was ganz normal verkauft wird, genommen und haben es auseinandergenommen, umprogrammiert, dieses Hardware-Hacking. Ist das Spielerei oder hat das einen Erkenntnis-Hintergrund, wo Sie sagen, wir wollen jetzt ganz konkret wissen, wie das funktioniert, damit wir zum Beispiel Sicherheitslücken aufspüren können? Ja, also der Hintergrund war, das mit dem Handy zu machen, einfach mal aus Spielantrieb. Und die zweite Möglichkeit ist, man kann die Software testen, ohne dass man dafür eine teure BTS braucht, die auch teilweise schwer zu bekommen ist. Und somit hat quasi jeder die Möglichkeit, mit so einem günstigen Telefon und der Software selber diese Komponenten zu testen und auch weiterzuentwickeln. Ich habe auch gelernt, dass Sie selber eine Testfrequenz bekommen haben. In Deutschland darf man ja nicht einfach funken, schon gar nicht auf diesen Frequenzen, die eben halt für die Netze benutzt werden. War das schwierig, eine Frequenz dafür zu bekommen und die Genehmigung, diese Frequenz zu nutzen? Naja, wenn man, ich sage mal, entwickeln möchte und der Regulierungsbehörde klar macht, plausibel klar macht, wofür man das braucht, dann ist das auch kein Problem, so etwas zu bekommen. Dieses Setup, was Sie hier haben mit dem Computer und mit dem Handy, das ist ja eigentlich ein Setup, wie es auch ein Geheimdienstmitarbeiter zum Beispiel benutzen könnte, um ein Handy, sagen wir, von einer Frau namens Merkel zum Beispiel abzuhören, oder? Ja, wäre machbar, aber da muss man entsprechend wissen, wie so ein GSM-Netz aufgebaut ist, was man einstellen muss, wie man es konfigurieren muss, damit das halt passiert. Und wie gesagt, das ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er das machen möchte, aber es gehört, wie gesagt, Know-how dazu. Man kann jetzt nicht einfach die Software installieren und sagen, jetzt kann ich Frau Merkel abhören. Sondern da müsste man dann tatsächlich ganz gezielt Abhörsoftware entwickeln? Man muss es entsprechend anpassen, ja. Also wir liefern keine Abhörsoftware, so nach dem Motto, lad das hier runter, das Paket, installiere es auf dem Stick und du kannst Frau Merkel abhören. Das machen wir nicht. Das wollte ich auch nicht unterstellen, sondern eigentlich eher das Gegenteil unterstellen, dass Sie zum Beispiel demonstrieren, wie einfach es tatsächlich ist, ein solches Setup, eine Gerätschaft zu entwickeln, mit der Abhören potenziell möglich ist. Ja, also vom Prinzip her, wie gesagt, mit Abhören beschäftigen wir uns weniger. Unser Interesse ist es halt, Insellösungen für das GSM-Netz zu schaffen, also für Insellösungen mit GSM zu versorgen. Wann haben Sie angefangen mit diesem GSM-Hacking und damit eben mal tatsächlich hier eine Basisstation zu entwickeln? Also die Basisstation selber, das ist ungefähr ein Jahr, ist das her? Januar habe ich angefangen und mit GSM beschäftige ich mich seit ungefähr 2009. In dem Projekt Osmocom sind ja weltweit Leute mit beschäftigt, eben halt diese Mobilfunkinfrastruktur nachzuempfinden oder selbst zu entwickeln, um sie zu verstehen. Wie viele Leute sind da aktiv und wie läuft die Kommunikation? Also aktiv kann ich ungefähr sagen, ich denke mal so zwischen 10 und 20 Leute und die Kommunikation läuft über Internet-Chat beziehungsweise E-Mail und wir haben ein Git-Repository, wo wir dann unsere Entwicklungs-, was wir da schreiben, unseren Code einchecken und austauschen und dann auch testen können. Gibt es denn auch Code oder Entwicklungen, wo die Industrie zum Beispiel sagt, oh, guck mal, was die da in diesem Open-Source-Projekt machen, ist vielleicht viel interessanter als die Lösung, die wir bislang entwickelt haben? Also direkt aus der Industrie, jetzt was Netzanbieter angeht, nicht, nein. Haben Sie mit denen überhaupt Kontakt? Nein, mit keinem. Die haben auch noch nie gesagt, was ihr da macht, ist interessant oder was ihr da macht, wollen wir nicht, weil wir nicht wollen, dass irgendjemand sich mit Mobilfunk noch beschäftigt, außer wir? Also ich selber wurde von Anbietern noch nicht angesprochen. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Mitgliedern ist, aber ich selber habe mit denen keinen Kontakt. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt wird sein, dass wir es schaffen, mit dem Handy mehrere Gespräche gleichzeitig zu vermitteln. Aktuell können wir mit einem Handy noch kein Gespräch vermitteln, mit zwei Handys können wir ungefähr ein Gespräch vermitteln und Ziel ist es halt später mit zwei Handys fast eine gesamte Basisstation abzubilden, was jetzt im Moment technisch noch nicht möglich ist. Läuft die auch bei Ihnen zu Hause, sodass Sie über Ihre eigene Basisstation telefonieren können und das auch quasi sozusagen in real life nutzen? Ja, also manchmal. Ich mache das manchmal, aber ich nutze es jetzt nicht, weil es einfach immer nur zu Testzwecken an ist. Also ich betreibe jetzt kein dauerhaftes Mobilfunknetz, höchstens mal vielleicht für ein, zwei Wochen. Ja, eine Demonstration, wie GSM-Hacking, wie das Hacken von Mobiltelefonen funktioniert. Andreas Eversberg war das von Osmokom. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ja, Dankeschön.